Wie mache ich das jetzt? Machen wir es ganz einfach. Yo, Mahlzeit. Es ist wieder soweit. Eure Styles mitgeröstet. Gehen wir rein. Es ist extrem viel dabei. Und es sind auch Leute dabei, wo ich mir halt denke, ey, du brauchst gar keinen Roast von mir. Beziehungsweise, dann müsste ich richtig roasten. Also richtig pingelig werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also es sind Leute da, da kann ich ja nichts dazu sagen. Die haben es echt drauf. So und naja, gucken wir mal rein. Wir fangen erstmal mit einem alten Bekannten an. Und zwar mit Act. Der war beim ersten Mal schon dabei. Hat mir halt leider auch schon wieder ein saukleines Bild geschickt. Aber wir müssen mal... Alter, das... So, ich will mal ein bisschen weiter rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie das erste Bild von ihm aussah. Der war ja auch, glaube ich, im ersten Video an erster Stelle gewesen. Und wir sehen hier, dass diese ganzen Faxen halt weggelassen wurden. So, das habe ich ihm auch schon auf Insta gesagt, dass ich das sehr schön finde, wie klar jetzt die Buchstaben sind. Ja gut, so, hier ist die Proportion noch ein bisschen raus. So, ne? So müsste das sein. Aber der Rest, der stimmt. Hier hätte ich vielleicht das C noch ein bisschen runder gemacht. Also an der Stelle echt so mit einer Kurve, damit es halt cooler mit reinhaut, so. Und das Einzige, was ich jetzt noch bemängeln könnte, ist halt der Pfeil hier. Weil der Pfeil aus dem Off wächst. Da muss der einen anderen Ursprung finden, wo er halt dann sein darf, so. Ne? Vielleicht könnte man den Pfeil halt hier irgendwie raus. Nur so eine Idee. Und was mir halt hier noch auffällt, ist halt der Pfeil. Also wenn der Pfeil von hier kommt, dann lass ihn hier genauso dick. Mach hier die Untertrennung oder Unterteilung. So. Und dann ziehst du ihn raus. Carrie finde ich ein bisschen schwierig, weil da wirklich alles weggelassen wurde, was mit dem Körper zu tun hat. Was ja eigentlich, eigentlich ja auch keine dumme Idee ist, wenn man Carrie-mäßig noch nicht so bewandert ist. Ich meine, ich kann selber nicht so wirklich gut Körper zeichnen. Da würde ich das auch so ein bisschen wegschummeln, ne? Aber dann halt gucken, ja, hier sind jetzt keine Arme so, ne? Also irgendwas fehlt. Also wenn hier eine Dose schwebt und der keine Arme hat, also ich gebe denen irgendwie eine einfachere Form und dann gebe denen hier halt einfach eine Hand. So. Und dann machst du hier noch eine andere Hand, so, die irgendwas anderes macht. Damit man halt weiß, dass das eine Hand ist. Weil, wenn du halt eine Hand hast, kann man das vielleicht übersehen. Wenn du zwei Hände hast, dann sieht man es auf jeden Fall. Würde ich mal jetzt so meinen. Hier oben könnte es noch ein bisschen dicker sein, ne? Denk da dran, das, was hier oben ist, das hier ist kein Move. Das ist ein elementares Teil vom Tee. Das ist der obere Balken. Also sollte das auch dementsprechend ein bisschen stärker sein. Ansonsten echt schon mal eine supergeile Verbesserung. Und das Filling, das schmeckt mir auch. Auch wenn mir das halt ein bisschen bekannt vorkommt. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, so, ne? Ich meine, Blogs muss man ja jetzt nicht jedes Mal erklären. Letztendlich ist ja klar, wie das funktioniert. Also ich erwarte von den Leuten, die hier mitmachen oder ihre Sachen halt einreichen, dass so eine Sachen wie aufs Blog achten, ne? Dass man das halt selber erkennen sollte dann irgendwann, ne? Weiter geht's mit Antique. Also ich muss echt sagen, Antique, geiler Name, cooler Style auch. Mag ich sehr. Und da kann man eigentlich ja nichts mehr sagen, ne? Ich meine, hier die Proportionen, die sitzen, ja, vielleicht hier ein klein bisschen so. Aber, ey, das ist ja alles wie ihr meißelt, ja? Der Umgang mit einem dicken Stift auf jeden Fall auch sehr sicher. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen getriggert hat hier, was aber auch einerseits verdammt cool ist, ist halt so das kleine A. Ne, hier ist so der Unterbau und das ist hier oben und hat hier so die Herzform. Ist total unüblich, aber voll interessant so und weiß nicht, ob man das hätte auch so umsetzen können. Find's so mit der Unterteilung da eigentlich recht fresh. Aber wie ihr sagt, kann so ein bisschen zu Problemen mit der Leserlichkeit führen. Vor allem, weil halt hier oben noch was ist. Denk ich mal, hier rauskommt. Aber ich kann's halt nicht richtig zuordnen, so, ne? Deswegen rätsel ich da an der Stelle. Aber ansonsten auch Fülle in Ballad, Alter. Naja, ist genauso witzig gemacht so. Also ich mag den Stil. Untypische Buchstabenverbindungen über Buchstaben hinweg. Balken, die da zuhören, aber halt ein bisschen dahinter gestellt sind. Da muss man schon wissen, was man tut, damit das halt funktioniert. Und das sehe ich hier. Ja, ist auch so ein bisschen Spielerei mit Proportionen, mit Ball. Und, äh, ja, funky. Den hier oben finde ich auch mega fresh. Der hier unten, ja, ne? Das ist halt so das Problem, wenn man halt mit so dicken Stiften arbeitet, ne? Da muss halt wirklich jede Linie sitzen. Der Pfeil beim M muss gar nicht sein. Ja, ne, muss er auch nicht, ne? Weißt du, das muss so viel bei Graffiti nicht sein. Da sind so viele Sachen, die da dran rumschweben, die, äh, nichts mit dem Buchstaben zu tun haben. Wöchte ich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so, ne? Aber das hat auch so ein bisschen Oldschool-Einfluss, aber auch so ein bisschen mit Anti gepaart. So würde ich das mal beschreiben. Wenn es halt so ein bisschen in Richtung Anti geht, so, da bin ich eh raus. Ich finde halt auch Anti kann man halt nicht nach klassischen Graffiti-Maßstäben so wirklich beurteilen und festsetzen, ob das jetzt gut oder weniger gut ist, ne? Der Baske ist so schon klar, wie das funktioniert, ne? Dass die Horizontalen dünn sind. Dann schlägt sich das hier um, wird dicker und dann ballert das hier raus, schön mit Gewicht. Finde ich ganz interessant, wie das B aussieht. Ich hätte es schöner gefunden, wenn dann hier Feierabend ist. Also, wenn das hier nicht mehr da wäre. Wäre schöner für die Klarheit und auch irgendwo ein bisschen durchdachter. Hier ist einmal was drüber gelegt und hier ist es drüber gelegt. Das gibt hier in dem Bereich schon so leichte Air-Vibes, weil mir suggeriert, dass dieser Balken eine Ebene tiefer rutscht als alles andere. Also ist quasi auf der hintersten Ebene. Kann man so machen, ne? Aber dann würde ich halt, wie gesagt, den Bereich hier nicht mehr machen. Ich sehe halt, dass, guck mal, die Linie kommt von hier, ne? Das A ist hier. Das S ist hier. Und da. K da. Und hier und da. Ja, es ist schon sehr krass miteinander. Alles connected. Ist halt die Frage, ob das sein muss. Die Connection hier, die kann geiler kommen. Wenn halt hier in dem Bereich beim A hier ein bisschen mehr Platz wäre, wenn man die Linie noch ein bisschen sieht. Muss auch nur so ein kleiner Anstrich sein. Muss nicht viel sein. So, und dann kann man das ja hier so runterziehen. Aber ich würde es dann halt auch gut sein lassen, so. Weißt du? Ich würde dann hier sagen, hier ist Feierabend jetzt, so. Wie man das jetzt umsetzt, ist ja dann auch immer jeden selbst überlassen. Aber das macht halt irgendwo ein bisschen mehr Ausdruck. Ne? Weil jetzt ist halt, es sind starke Linien da. Es sind krasse Winkel und da ist auch schon Dynamik da. Aber es kommt halt nichts zum Ende, weil halt alles wieder ineinander fließt. Muss ja auch mal so ein bisschen so halt ein Move sein, so, ne? Der halt wirklich wie so ein, wie ein Schwanz halt irgendwo hinfliegt, wenn da am Start ist, ne? Auch mal Balken auslaufen lassen und mal sagen, ist Feierabend, so, ne? Weil hier wird halt nichts konkret. Der wird konkret hier am Ende. Das hier ist mir auch zu lang. Zu fragil. Aber im E sieht's so ein bisschen verzockt aus, so, muss ich ehrlich sagen. Das ist dann halt auch immer so dieser Zwang, wenn man halt so versucht, so irgendwie das Bild symmetrisch aufzubauen. Hier kommt so ein Move, das heißt, hier muss der jetzt auch sein. Muss ja nicht, ne? Das hätte hier auch einfach so geradeaus laufen können oder so, meinetwegen. Halt ein bisschen aus dem Raster ausbrechen, so. Das wäre halt auch ein schönes Ende gewesen. Wenn das so hier rauskommt, dann ist das ja hier wie so ein Faustschlag, der dann hier so quasi, ne? Ja, wie soll ich das zeichnen? Ja, du wirst schon, ich meine halt hier so ein Pfeil. Genau, so. Das ist halt alles sehr stark eingerahmt, sehr, sehr gezwungen. Sehr klein hier, ne? Würde man auch größer machen. Also, ich finde die Gedanken dahinter auf jeden Fall ganz gut. Man hätte ja auch den hier nochmal drüberlegen können. Das hätte auch nochmal was gebracht, ne? Weil jetzt sind hier quasi zwei Balken hinter diesem A-Balken. Aber wie gesagt, dass halt alles miteinander verbunden ist, finde ich ein bisschen problematisch, weil alles halt so in einem Käfig drin ist und sich nicht irgendwie so frei bewegen kann. Das ist so der Hauptpunkt, der mir da so ein bisschen auffällt. Ah, ich spritze das. Das fällt mir jetzt gerade auf, so wenn ich mir das hier angucke. Hier jetzt schön geschwungen und hier zack, zack. Und auch dieser Bogen hier, der ist sehr verhalten. Der ist sehr grafisch. Also alle Tiere. Und hier ist das schön geschwungen, ne? Also da müsste man einen Kompromiss finden. Entweder hier ein paar mehr Ecken im B oder einen schöneren Schwung hier oben. Es gibt Stiles, wo das halt echt cool kommt. Aber orientiere mich jetzt mal am ersten Buchstaben. Dann hätten wir dann so schon mal irgendwie was passenderes. Ansonsten, ja, das A sieht halt aus wie ein N, ne? Das ist so das Ding. Das A, also alles was A ist, ist das hier. Funktioniert nicht. Ich bin sowieso kein Fan davon, wenn die Moves größer sind als der Buchstabe. Da verlierst du halt einfach den Fokus vom Buchstaben. Wenn man sich jetzt dumm stellt, dann sehe ich hier ein N. Das S in der Grundform, okay. Diese Verbindung, die hier hinten langläuft, das ergibt keinen Sinn. Das kann weg hier. Das, was hier rauskommt, hier lang geht und dann hier oben rauskommt. Das ist auch nichts. Weil das hat keinen Startpunkt. Also ich sehe das nicht. Vielleicht geht es hier los und dann so. Aber der macht ja keine Aufgabe. Der bleibt ja so dünn und, ja, sieht aus wie ein Fremdkörper. Ich sehe halt, hier sind noch so Probleme mit dem Schwung an sich, ne? Also mit der Dynamik, wie sich das so ein bisschen aufbaut. Wenn der jetzt hier so kickt, der braucht auf jeden Fall irgendwas zum Ausgleich, so. Und hier ist das so hier rüber. Der Eingang, wie das halt hier ins Car reingeht. Das ist ja einfach nur so. Und dann hier so rufgelegt. Das ist mir ein bisschen zu plump, so. Farben sind auf jeden Fall cool, so. Ich mag das Orange mit diesem Petrol. Mit Türkis da mit reingefeldet. Funktioniert super. Der Bereich hier, das hier sieht geil aus. Ja, auch das hier mit dem Lila und auch mit dem Hellblau, das funktioniert. Hab ich schon mal gesehen irgendwo. Ja, kommt vor hier. Aber darum geht's ja jetzt nicht. So, jetzt erstmal so. Der erste Rose-Spruch ist immer, jemanden zu unterstellen, er hätte von mir gebeitet. Da muss ich jetzt auch nochmal ein Wort zu verlieren. Ich hab ja die Bedenken gehabt, umso mehr man halt quasi bekannter wird und seine Sachen zeigt. Und auch, wie man da rangeht. Mit welchen Caps und wieso und weshalb, warum. Natürlich triggert es dann halt die Leute, das dann nachzumachen. Es wird ja quasi wie auf dem Tablett serviert. Natürlich nimmt er sich dann was mit davon. Darum geht's ja auch so. Ich meine, wenn ich halt mit anderen Leuten sprühe, dann gucke ich auch ganz genau hin. Und denke mir so, er macht das also mit dem Cap, er macht das so und so. Aha, alles klar. Ja, und dann gucken, was man davon verwertet. Bei mir ist halt aber auch so, ich hab halt auch so meine Erfahrungen. Und bei den Menschen ist es halt so, die haben halt noch weniger Erfahrungen. Und daher fällt es denen wahrscheinlich auch schwieriger, das halt dann auf ihre eigene Art und Weise wiederzugeben. Also um Gedanken zu adaptieren und halt anders umzusetzen. Das fand ich ja auf jeden Fall echt richtig niedlich hier. Mein eines Video, keep on rollin'. Und hier ist halt sozusagen die Antwort, ne. I keep on rollin'. Weil das halt irgendwie so, I keep on rollin' too, wäre halt noch geiler gewesen so. Fand ich witzig. Ja, ansonsten finde ich den Stil, ah, ist halt sehr stark runtergebrochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas machen würde, als Swow Up, ich hätte auf jeden Fall das bis hier gezogen, bis zum Endpunkt. Wenn jetzt hier an der Stelle diese Einschnitte so cool kommen, so, das stört mich so ein bisschen. Ansonsten finde ich das hier beim R voll cool, so. Genauso wie beim K. Ob jetzt hier eine Linie ist? Ich glaube, hier ist eine Linie. Die hätte ich auch nicht gemacht. Coole Ding, so. Hat auch geil gewesen, wäre vielleicht so das bis hier reinzuziehen. Wäre wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger zu lesen gewesen, so. A ist interessant. Ja, ich finde es A, finde ich recht, recht simpel, recht lahm eigentlich. Ich finde das R und das K, finde ich cool, so. Das T ist auch irgendwie lustig. Aber auf jeden Fall, Jutje machte Rollerarbeit, ne. Also, man sieht ja hier die Kurven. Klar, passt das nicht so richtig, ne. Aber das ist hier schon echt ganz Jutje löst. Also, wie auch beim K, finde ich es echt Jut. Kurve sieht schon Jut aus. Hätte ich auch nicht besser hinbekommen. Wir haben hier ein bisschen was mit Style. Ja, da kann ich schon ein bisschen mehr mit anfangen. So, was sehen wir hier? Proportionen hier und da. Und halt so ein paar Sachen, die halt so ein bisschen unschlüssig sind, so. Hier, das einfach so weggenebelt. Kann man machen, wenn man schon ein bisschen besser ist. Also, ich würde halt immer raten, malt die Bilder zu Ende. Macht euch das nicht zu einfach. Und hier in dem Fall hat man sich halt nicht mehr die Gedanken gemacht, wie man das hätte schöner zu Ende führen können. Äh, diese Pfeile passen halt irgendwie so Style-mäßig ja nicht zusammen. Dieser Haken, der hier dran ist. Ne, hier ist so wenig Platz. Alle anderen Löcher sind ja auch nicht so zugebaut. Das hätte man nicht machen müssen. So, einfach hier Feierabend oder vielleicht das halt hier direkt auf der anderen Seite rauszuhauen. Also, das verstehe ich auch nicht. Also, hier diese, diese kleinen Linien hier immer. So, was. Warum ist das hier so reingezogen? Warum macht man das nicht hier und dann ist Feierabend so, ne? Das bringt denen nichts. Genauso wie das hier. Ne, das ist halt, das liegt da irgendwie drüber. Das sieht nicht unbedingt gut aus. Ja, hier überall so diese reingezogenen Linien. Und hier halt, ne, wenn man sowas machen möchte. Dieser Strich ist Teil der Outline. Das hier ist die Outline. Der Strich muss hier. Das ist ja quasi so. Hier ist, hier ist der Buchstabe unterbrochen. Und da wird von außen quasi geklammert. Ja, also, das Ineinanderfließen von den Buchstaben hier ist halt auch irgendwie plump. Lass lieber jeden Buchstaben lieber für sich stehen. Und hier ist halt, hier verschwindet halt das K komplett hier drin. Das kann man machen, natürlich, ne? Aber dann musst du hier mehr Raum für T geben. Damit das hier besser stehen kann. Das ist jetzt sehr simpel umgesetzt. Ich hoffe, ihr versteht schon, wie ich das meine. Curry ist ganz cool. Achso, das meinst du hier mit Motion Lines, wa? Ja, kann man machen, ne? Ich würde aber nicht so viele machen. Zwei, drei. Also halt auch hier. Ne, wenn man sich das mal anguckt in einem Comic. Du hast halt wirklich bloß Motion Lines, wo sich das bewegt. Oder wo es relevant ist, so. Ich würde halt hier eine machen, hier und vielleicht hier nochmal. So, dann sieht man, dass der Arm sich bewegt. Motion Lines an Buchstaben? Ja. Ja. Schwierig. Ja, das fand ich hier auch witzig. Ich weiß nicht, ob der Kollege jetzt hier zukickt. Aber da, wo du herkommst, habt ihr keine Blätter? Also, das wäre eigentlich noch geiler gewesen, wenn er auf dem Fliesentisch gemalt hätte. Ich glaube, das ist ein Glastisch, ne? Ich glaube nicht, Kühlschrank. Man sieht auch hier jetzt die Kiffutensilien. Die Leute hört auch mit dem Scheiß, ja? Das ist nicht gut. So. Ja, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall ein Style, wo Bewegung drin ist. Ja, das möchte ich ja nicht leugnen. Aber vielleicht ein bisschen zu viel des Guten an manchen Stellen. Ein bisschen zu unkontrolliert. Bisschen, ja, bisschen sehr wild. Hier, das vor allem so, ne? Das hier. Das N ist ja so. Was ist das hier? Ist das ein Hämatom? M sitzt, findest du? Ich finde das bis hier, finde ich es echt gut. Ja, also den Teil vom M finde ich gut. Das hier finde ich ein bisschen out of control. Hier ist halt genau das Gleiche. Hier sieht man, so müsste der Buchstabe sein. Und hier ist halt einfach so ein Schwung ran gesetzt, so, ne? Also völlig aus der Proportion raus, ne? Hier ist genau das Gleiche. Ich finde halt diese Bewegung hier... Warte mal. Gehört ihr gerade, wie ich das am besten erklären kann, so. Das Bild ist ja auch so ein bisschen schief, mal wieder. Ich finde, das M hat halt keinen Stand. Genauso wie das O halt auch irgendwie... Und das N halt auch nicht. Und das E auch nicht, so. So, das ist alles so ein bisschen... Das fliegt so alles in dem Raum. Und, äh, was mir halt auch auffällt, ist halt, dass die Buchstaben an sich auch alle so ein bisschen ein F*** aufeinander geben. Ne? Also so, da macht halt auch jeder seins so ein bisschen. O finde ich halt, da ist halt ja keine Proportion zu sehen, so. Das ist jetzt... Also jetzt, ob es so hart klingt. Ich finde, das ist halt undefinierbarer Flatschen, wo dann hier so ein Loch ist. Ne? Also wie so ein ausgelaufendes Spiegelei sozusagen. Wir gucken mal beim nächsten rein, ne? Auch auf dem Glastisch. Hier finde ich das M schon besser. Hier finde ich das E auch besser. Hier ist eh eine Sache... Das O halt... Ne. Also das sieht halt aus, als ob hier das O so ehens mit einem Hammer drauf bekommen hat. Und dann ist dem hier so eine große Beule gewachsen. Sorry, ich kann hier keine Grundform erkennen, so, ne? Das macht es schwierig, so. Hier ist so der Strich ein bisschen weit reingezogen. Ja, also das liegt ein bisschen sehr stark hier hinter, finde ich. Guckt mal, wie schmal hier der Balken ist. Eigentlich müsste das hier hinter noch rauskommen. Wenn ihr jetzt mal auf die Proportionen achtet, so. Dann müsste das so laufen, der Balken. Ja, also da hat man sich das auch ein bisschen leicht gemacht. Indem man hier einfach so den Strich reingezogen hat. Schwabbel, O ist furchtbar. Und auch hier, dass das hier so aus der Form gerät. Das ist halt... Ey, soll ich sagen? Ich würde nochmal sagen, geh nochmal zurück. Zurück und nochmal ein bisschen einfacher die Buchstaben machen. Noch nicht die Swo-Ups. Das ist auf jeden Fall noch, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Och, das hier ist viel zu doll. Keine Ahnung. Viel zu übertrieben, alle. Auch hier, also wenn das hier rund ist und hier sind es gerade Dinger. Die müssten halt schon ein bisschen angepasst sein, so an der Form. Dass es hier so glatt ist. Weil dann passt es halt. Dann macht es Sinn. Das ist halt ein bisschen dolle. Von 2022. Das ist ja schon eine ganze Ecke alt. Ich glaube, mit denen hatte ich auch geschrieben. Die hatten mir dann eigentlich schon so alle Fehler aufgezeigt. Also ich meine, wenn ihr wisst, was schief läuft, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, dass hier die Linie ist. Und dass es deswegen aussieht wie ein F schon fast. Das ist allen klar, hier die Proportionen ein bisschen dünner alles hier. Diese Linie, die das hier alles verbindet, finde ich eigentlich nicht schlecht. Man hätte das insgesamt alles ein bisschen dicker machen müssen, bin ich so der Meinung. Und hier auch irgendwie zu einem geschmeidigen Abschluss bringen, damit das nicht so ins M reinrutscht. So, das hier finde ich auch seltsam. Also, dass das hier einfach so rauswächst. Hier macht das ja Sinn. Aber dass das einfach hier so reinrutscht und aufhört. Gleiche ist halt hier mit dem Move. Das macht keinen Sinn. Das hier ist okay. Aber wie gesagt, ich finde das hier, das A dann viel zu klein. Genauso wie das M und das Y. Da sind die Balken alle viel zu dünn. Hier unten ist das halt sehr fleischig, sehr dick. Hier oben genauso. Was ich jetzt auch sehe, ist halt, hier ist das gleich. Hier ist das gleich. Hier ist das gleich. Da wird halt viel abgespult. Eigentlich so das Y in der Grundform finde ich ziemlich cool. So, da hätte man auf jeden Fall was draus machen können. Ich finde auch hier diesen Bogen irgendwie interessant. Also, dass dieser Bogen, der sich hier mit dem M so zentral im Bild aufbaut, das hat irgendwie eine sehr interessante Wirkung für mich. Von Reitz habe ich sehr schöne Bilder. Der kann malen, aber ich ist leider so klein. Ich habe hier aber noch ein Sketch. Sehr geil. Mir fällt dieser Sketchy-Charakter genauso. Diese sehr illustrativ umgesetzt. Die ganzen Strukturen mit Fineliner hier in dem Stern. Jeder Block hat ein anderes Element. Finde ich sehr spannend. Ist auch gut gelöst, weil es hätte halt alles auch sehr unruhig sein können, wenn hier in dem Buchstaben noch viel Fill-In gewesen wäre. Hat er nicht gemacht. Daher alles gut. Es ist immer Balance und Gewichtung. Egal, ob es jetzt die Buchstaben sind oder das Fill-In. Und hier ist es halt auch gut umgesetzt, weil halt die Gewichtung in den Blocks sehr hoch ist und dadurch halt nacktes Fill-In halt einfach besser für die Gesamtkomposition ist. Wenn wir jetzt mal auf den Style halt eingehen, ist für mich schon Anti-In-The-House. Aber halt auch so gleitender Übergang. Da ist auf jeden Fall Knowledge dahinter zu sehen. Aber ich kann halt bei so einem Style dann auch nicht mehr sagen, was sich da besser macht und was nicht. Daher möchte ich da auch ja nicht großartig, also ja, weiß nicht, mich auch nicht einmischen so. Das I ist mir hier an der Stelle ein bisschen zu wild und ungeordnet. Z ist schon wieder cool. Und das R ist mir irgendwie hier ein bisschen zu schwach. Also die Balken bei dem Gewicht, was hier drauf liegt. Vielleicht ist das hier ein bisschen dünner beim Z hier hinten. Ansonsten top. Auch geiles Tech. So, haben wir hier noch so einen anderen Sketch von dem Herrn. Ja, da finde ich das R schon cooler. Ich finde das I geil. Das sieht irgendwie aus wie so ein Pistolengriff hier mit dieser Struktur hier drin. Kommt nice. Das Z hier, die Überschlagung. Cool. Auch hier das zerfrickelt der so. Das finde ich spannend. Das R hier steht auf jeden Fall hier viel solider und stabiler da. Und das kleine E, finde ich, das hat was. Das hat eine schöne Form. Ja, also kann da nichts sagen. Ja, also hier Bauchpinselung vom Tum sozusagen. Roax. Da sind wir jetzt schon wieder an der gleichen Thematik. Das ist auch sehr antik. Antik. Also der ein oder andere Berliner, vielleicht auch außerhalb. Das R kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Ja, gut. Da haben wir es schon. Ja, das R ist halt sowas von rotzermäßig. Das A auch, ja. Ich finde das X ganz spannend. Das ist schön gelöst. Das ist eine interessante Form. Das O finde ich ein bisschen schwierig, weil das irgendwie, ja, hier so ein bisschen dolle aufbaut. Diese Fransen hier, die kommen schon ganz cool. Hier haben wir noch eins. Das finde ich auch richtig geil eigentlich. Aber die Bewegung hier vom R, das ist ganz wild, Alter. Das ist ein echt schönes R. Ja, das O ist halt dann ein bisschen schwierig. Ja, hier, ich hätte es vielleicht, also in meiner Welt hätte ich hier eher einen Balken, dass das noch mehr nach einem A aussieht. Aber hier finde ich das X richtig fresh. Also ich kann nichts großartig dazu sagen, so ne. Proportionen sind cool, passen auf jeden Fall. Hier und da ist ein Buchstabe schwer lesbar oder sieht ein bisschen plump aus wie das O. Aber ansonsten, das Bild finde ich im Allgemeinen gut. Moss. Das Bild, das ist sehr einfach. Kann man halt auch nichts großartig zu sagen. Eins, wie was ich halt sagen kann, ist, das habe ich ja jetzt heute schon mal gesehen. Ich bin kein Fan davon, Skizzen zu malen mit diesen Molotow und Acryl oder Posca oder wie die alle heißen. Weil das ist immer eine sehr schmierige Angelegenheit und ich finde, man muss da schon so Sorgfalt walten lassen. Und wenn ihr halt auch immer mit den dicken Stiften malt, ich sage euch, die Proportion zu halten, ist mit dicken Stiften am Anfang echt sehr schwierig. Man muss halt den Raum, den die dicke Linie einnimmt, die mit einberechnen in die Proportion der Balken. Kann es halt mal dazu kommen, dass das nicht passt. Ich finde das O sehr schön, das funktioniert. Das S ist halt schwierig so, ne. Das S passt halt auch vom Stil nicht so richtig dazu und das M irgendwie auch nicht. Ich finde, das M ist hier ein bisschen zu dünner geraten. Ich hätte es einfach höher angesetzt oder das ein bisschen tiefer. Dann passt das schon besser zum O, ja. Immer ein bisschen mehr Fleisch geben. Dann haut das schon mal ein bisschen zusammen so. Und das S, das ist hier so rund, ne. Kann man machen. Aber dann halt oben schön eckig machen, damit es noch ganz gut zu den anderen Buchstaben passt. So zum Beispiel. Das hier ist auf jeden Fall zu klein. Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Hier war so ein kleiner Fruit Ninja oder so. Der hat hier seinen Säbel geschwungen. Hier an der Stelle. Und hat das abgetrennt. So sah das vorher aus. Ja, dann kam der Fruit Ninja, hat hier so einen Strich gemacht. Und deswegen, ja, muss dieser Ding die gleiche Länge haben wie das. Genauso wie dette. Wenn das hier so steht, dann musst du denen hier sozusagen so einen kleinen Mount geben, wo er halt herkommt. Muss sinnig sein. Und hier hätte ich es vielleicht so rumgesetzt. Dann hätte es mehr Schwung gehabt. Fünfer auch ein richtiger Knaller, Alter. Die Outline ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, weil die Qualität natürlich jetzt auch nicht so überragend ist. Die Endlosschleife im E macht sich nicht so an. Das ist halt so ein Anti-Move. Ich finde es eigentlich nicht verkehrt. Ich finde es ganz cool. Schönes Element. Das A finde ich geil. Also hier ist halt auch die Proportion echt off. Aber das ist ja halt Style bedingt. Und ich finde, das hat so einen schönen Stand drin. Kann da halt einfach nicht ankreiden. So in der Hinsicht. Also das Braun, Schwarz, Orange auf roter Outline mit den Blitzen da drüber schmeckt mir auf jeden Fall richtig. Und hier diese klein verspielten, floralen Elemente. Die finde ich auch sehr nice. Mal lacker, Auto lacker. Ja, O finde ich ein bisschen komisch. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen triggert hier so. Aber ansonsten der Rest ist übelst geil, Alter. Ey, das L ballert so mies mit diesem Move, der hier so kommt. Der ist so fett. Genauso das hier, das K, wie das hier so schlaff runterhängt. Hier mit dem und zack, zack, zack. Ja, auch geil. Ballert. Ah, ist auch richtig mies so. Das ist so ein schönes Stück Schmutz. Richtig geil. Ich habe ja sowieso einen Hang zu Anti. Ich kann es auf jeden Fall nicht malen. Aber das macht mich hier froh. Ja, die sind doch auch krasse Namen so, ne? Olle DJ Bobo hier auch nochmal mit angepießt. Da müsste ich mir halt quasi Strohmann-Argumente vorschicken, um hier irgendwas zu flamen. Teil, den hatten wir auch beim ersten Mal schon dabei gehabt. Gucken wir mal, was sich so gebessert hat. Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Style drinne, ne? Hier in dem Bereich finde ich es ein bisschen dick alles. Im Vergleich zu allen anderen Buchstaben. Genauso wie das I könnte halt auch ein bisschen schmaler sein. Vielleicht hätte man das besser anpassen können an den restlichen Stil. Dann wäre das so schon schöner gewesen. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn das hier oben so ein bisschen weiter auseinander geht. Dann kann man das halt beim I halt auch nochmal so machen, so ein bisschen. Das hier finde ich ein bisschen schwierig. Also halt auch vor allem diese Linie, die hier so reingeht und hier auch. Also diese ganzen Linien hier auch überall. Ich würde das nur machen, um etwas, was eventuell undeutlich ist, nochmal zu verdeutlichen. Und hier ist alles eindeutig. Also braucht es eigentlich nicht. Jede Linie hat halt quasi die gleiche Endung, indem sie halt reingeht. Macht das an Stellen, wo es sich lohnt, wo es nach was aussieht. Aber macht es nicht überall. Dann verwässert das und dann nimmt man das nicht mehr wahr. Ich mag das nicht, dass das hier von dünn auf dick geht. Also ja, wenn, dann hätte man das mehr als Element halt machen müssen. Teilweise überall so ein bisschen den Hinkel, so eine Spielerei mit der Proportion, wie sie halt hier gerade stattfindet. Hier hätte ich das entweder ohne diese Sachen gemacht. Weil letztendlich ist ja, der Balken läuft ja hier so lang. So, das ist ja hier das eh. Und dadurch, dass jetzt hier diese Untertrennungslinien sind, ja, hier in dem Bereich, wirkt dieser Bereich hier nicht mehr wie ein Teil vom E, sondern eher wie drangesetzt. Seht ihr das? Das sieht so aus, als ob der Balken hier so gerade geht und hier so einen Einknick macht. Und das hier ist bloß so angesetzt. Das macht hier keinen Sinn an der Stelle. Ansonsten schon mal sehr schön. Das ist doch geil. Ich finde, das Bombing, das ist genau angepasst an die Fähigkeiten des Akteurs. Auch die Linie, ich sehe, die Linie vom E ist mit einer Linie rumgezogen. Also so macht es für mich den Anschein gerade. Das ist schön, locker, flowig. Das ist ein super gutes Bombing. Kann ich nichts dran bemängeln, außer halt so, ne? Hier vielleicht so, aber das guckt sich weg. Vielleicht ist das hier ein bisschen eng. Ja, aber das ist ein Bombing. Hier ist das ein bisschen buckliger, aber auch kein Platz mehr gewesen, ne? Hier ist das erst noch nicht ganz so schön. Das hat halt so natürlich besser gepasst, ne? Wollt euch ja nicht zeigen. Dann hätte man hier genug Platz gehabt. Ich sage mal so, immer erstmal den ersten Buchstaben ruhig ein bisschen schmaler machen. Wenn der letzte Buchstabe dann ein bisschen weiter rauskommt, ist das nicht schlimm, ne? Um den Platz voll zu machen, so, ne? Und jetzt hätte man halt genug Platz gehabt, ne? Zifra, so, das sind so Sachen, das sieht man dann halt alles, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ne? Wie kann man den Raum besser einteilen? Ja, auch schon wieder erschreckend kleines Foto hier. Wunderbar. Also, ich frage mich, jeder hat doch ein Smartphone. Und dann bekomme ich hier manchmal Bilder zugeschickt, wo ich mir denke, ist hier noch 2001? Also, ich bitte euch, legt Wert auf Fotos. So, hier die Sachen, die hier rauskommen. Wäre schöner gewesen, wenn sie auch wirklich rauskommen, ne? Hier sind sie bloß so rangebappt. Was ich dann auch cool finden würde, wäre, wenn man das dann halt schon so ein bisschen doller nochmal macht. Und das dann halt so zum Teil vom Car werden lässt. Und, äh, malt eure Sachen zu Ende. Ja, malt hier einen ordentlichen Abschluss. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt malst, du wirst jetzt auf jeden Fall noch keine Whole Cars malen. Also, lasst das. Malt die Sachen richtig zu Ende. Man kann halt unten auch unglaublich viel machen. Man kann halt dann jetzt hier nochmal irgendwie was machen, so. Das ist schade, wenn man das nicht gleich mittrainiert. Nutzt den Platz, den ihr habt. Ansonsten, so echt gut. Viel sauberer als das letzte Mal. Könnte halt alles noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Schwung haben. Ja, wenn das hier so ein bisschen rauszieht. Ja, ist halt schade, wenn man den Platz hier unten nicht nutzt. Bin ich der Meinung. Da geht dann richtig die Post ab. So, hier dann halt genau das gleiche nochmal. Hier ist schon wieder Chance verpasst, was Coole zu machen, ne. Die Buchstaben müssen nicht alle auf einer Ebene sein, so, ne. Und hier ist halt das Problem. Car finde ich gut. O ist dann so, ja, da passiert nicht viel. Beim H auch nicht besonders. Und irgendwie ändert sich halt auf mysteriöse Art und Weise zwischen diesen Buchstaben der Style. Das A hat halt ja nichts mehr mit dem K gemein, bis auf das hier. Und ich hab das, seht das jetzt schon in zwei Bildern. Also, man kann das ja mal machen, hier mit denen. Aber das sollte nicht in jedem Bild, äh, hier dein, ähm, Abschluss sein, so. Und hier beim, hier hast du das ja auch rund gemacht. Also, warum dann nicht hier auch? Und hier könnte man ja dann auch. So ein kleines Armer Hand. Würde auf jeden Fall, äh, thematisch besser zum, ähm, Car passen, ne. Auf jeden Fall so, die Schatten sehen gut aus. Da ist drauf geachtet worden. Proportionen hauen auch hin, ne. Also, alle cool. Ja, bloß, lasst es hier mit der Linie. Mir ist es angewöhnt, so mit Kante zu malen. Ja, aber warum? Also, wenn du, wenn du kein Trainmaler bist, dann macht das legit keinen Sinn, einfach unten den Scheiß wegzulassen. Wie gesagt, die Buchstaben funktionieren aber halt in alle Richtungen. Weil ich oft auf Wand auch mit Kante male. Ich gebe dir einfach den Tipp, versuch mal ein schwebendes Bild zu malen. Da geht viel mehr. Und, äh, du hast viel mehr die Höhen. So sind halt die Buchstaben, so stehen die alle da. Wie beim Klassenfoto. Einer neben den anderen so, weißt du? Du verräumst dir halt die Möglichkeit, mit vielen anderen Mitteln halt zu spielen. Wenn du halt einfach nur auf Kante malst. Das ist hier wirklich das Meisterbeispiel der Symmetrien. Hier können wir halt wirklich einen Strich ziehen. Und dann können wir das umklappen. Das Ganze, ne? Was mir halt auch fällt, ist, also eigentlich so, das S, K ist ganz cool. Das O eigentlich auch. Vielleicht hätte man hier noch ein bisschen mehr so einen Schwung geben können. Aber, was mich halt jetzt zerstört, ist dann halt, wie es jetzt weitergeht. Ne? Hier ist halt extra, also geh mal davon aus, dass das hier ein N ist. Und, um das halt symmetrisch zu machen, ist halt das hier dran. Und hier erfüllt es eine sinnvolle Aufgabe. Ja? Hier auf der Seite macht das Sinn. Hier ist das halt leider nur da, um halt die andere Seite zu spiegeln. Durch diese Schlangenbewegung verliert sich hier irgendwie so ein bisschen alles. So die Direktheit. Ich finde ja, dass die Pfeile hier auf jeden Fall sehr schön geschwungen sind. Die sind sehr geil. Ich finde auch das Bild generell in der Gesamtoptik und so, vom Oldschool-Faktor her, super geil. Das umgedreht dir eh, dass das so aussieht wie das S. Ja, weiß nicht. Weiß nicht, ne? Dann hat man hier so einen Move. Der macht hier keinen Sinn. Der geht hier in den Pfeil rein und endet dann einfach. Also, das macht hier auch wenig Sinn für mich. Ansonsten so den B-Boy-Carrie finde ich cool. So vom Stand, die Pose. Das ist cool gemacht so. Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, ist so, dass hier ein bisschen die Definition nicht so schön ist. Das hätte ein bisschen mehr Auge fürs Detail verdient, ne? Was ich hier noch sehe, ist, hier müsste eigentlich Schatten drin sein. An der Stelle. Ja, wie gesagt, so hier, das E hätte halt andersrum, wenn das so aussehen würde, wie das hier. So was, wenn das hier an der Stelle gekommen wäre. Als E. Dann wäre das halt Killer, Alter. Irgendwie so was in der Art. Hier ist das halt das beste Beispiel dafür, dass wenn man halt Buchstaben in der Symmetrie quetscht, dass man halt ne Form verliert. Und wenn ich jetzt den Buchstaben umdrehe, sage ich euch, das klingt cool, das eh. Das sieht nicht gut aus. Aber so vom Stil an sich so und die Pfeile und Carrie und so und das Wanda drinne, finde ich schon übelst schmuf. Smeo von ASK. So, wo ich mir denke, ey Junge, was soll das? Muss ich dich roasten? Glaube ich nicht. Der Junge kann malen. Ich kann jetzt bloß auf Persönliches eingehen. Das Z.M. so ein bisschen. Ja, ich kenne ja jetzt seine anderen Bilder in dem Sinne nicht. Ich weiß nicht, ob er das immer so macht, aber ich glaube nicht, macht er nicht. Das eh finde ich ein bisschen komisch. Also dadurch, dass es halt mit dem Musterdenken und mit dem, was mir halt der Akteur mit seinem Bild mitteilt. Und er sagt mir, ja, das hier ist das T, das ist der Balken. Und er sagt, es ist okay für meinen Style, wenn das unten, der Move, genauso dick ist wie der T-Balken. Also Move genauso dick wie wichtige Balken. Wenn ich jetzt mit diesem Wissen weitergehe im Bild und ich sehe dann hier das E. Und dann sehe ich das, dass das so ist hier und das. Ja, und dann sehe ich hier unten in dem Bereich, dass das hier so angeschnitzt ist. Und ich denke mir so, sitzt das F nur auf Move drauf? Ist das hier ein F und das hier ist nur ein Move? Exemplarisch wie beim T. Also ich bin mir ja nicht so sicher, ist das ein F oder ist das ein E? Dann ist halt das E sehr boxy halt. Also ich finde hier das T und das C ist schön miteinander in Kommunikation gesetzt. Hier irgendwie beim E und O eher weniger, finde ich. Ist so von der Größe sehr unterschiedlich. Seht ihr das, wie klein eigentlich T, C ist und wie groß dann halt E, O wird? Das sind dann halt nochmal so Sachen, die mir jetzt so, worüber ich mir Gedanken mache. Fill in, habe ich schon gelesen, ist sehr geil, finde ich auch cool. Diese ganzen Moves hier drin und so, das ist schön, hochfarben. Wenn das rosa hier und da so ein bisschen und das M genauso wie die anderen Buchstaben, hätte ich es vielleicht cooler gefunden. Diese ganzen kleinen Dinger hier, das mit den Sternen, sehr schön mit eingebaut. Hier diese unsaubere als Becky im Vergleich zu dem sehr sauber gemalten Bild, auch schöner Kontrast. Ich finde das Bild schon echt gut. Kann man nicht meckern so, ne? Ich finde auch die Outline-Farbe sehr schön, so ein dunkles Petrol. Also gut das Bild, ne? Das ist jetzt alles nur so Geschmackssache, würde ich mal behaupten. Gucken wir uns mal noch einen Train an. Hatten wir bis jetzt noch nicht beim Style rösten. Ein Train mit Cret, der super schön fit ist. Das finde ich hier auch super geil. Und hier ist das eben nicht so. Hier ist das M schön eingebaut. Hier ist das E und das O auch optisch genauso groß wie das TC. Das T könnte ein bisschen J-mäßig sein, wenn man sich dumm stellt. Die zwei Balken hier am C, ja, kann man machen. Ansonsten finde ich hier den Vibe ganz cool, wie das M hier so hochsteigt. Das hier. Und hier so. Ich finde die Höhen und die Tiefen, die da entstehen, finde ich sehr geil so, ne? Also wie gesagt, bei Smeo kann man auch nicht meckern so. Also ich finde die Farben super geil. Schönen Charakter, aber auch mit dem rosanen Blocks. S finde ich eigentlich ganz cool. K ist auch in Ordnung. Aber das U. Ich kann mir schon vorstellen, wie das hier meint war. Versuchen wir das mal zu klären hier. Ich glaube, das hier ist einmal. Und dann irgendwie so hier. Kann sein. Und dann so, ne? Ja, schwierig. So wie das jetzt da steht. Schon sehr krass abstrahiert für ein U, würde ich mal meinen. Kann man natürlich machen. Dann würde ich aber gucken, dass man irgendwie das mehr so macht. Ja. Irgendwie eindeutiger gestalten. Oder vielleicht einfach dann. Guck mal, dann kommt man auch unten so raus, ne? Wenn man das jetzt unbedingt so haben möchte, so, ne? Wäre schon cooler gewesen. Ansonsten Farben und Proportionen und so, wie das hier oben auseinander geht, so. Finde ich schon ganz cool. Hier hat er hier ein bisschen gequetscht, damit der andere nicht gekrosst wird. Ist klar. Ja, ansonsten mag ich das Ding. Könnte das noch ein bisschen schöner sein, hier. Dieser Henkel, der hier ist, so. Der ist ein bisschen komisch. Das Ziese. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr geil, Alter. Hier ist schön. Die Moves hier finde ich schön. Mit dem Pfeil hier. Wenn ihr das euch so anguckt, ne? Das hier ist alles sehr symmetrisch, halt, ne? Und das E ist dann halt so ein bisschen dran, ne? Vielleicht wäre es schöner gewesen, dass das Z vielleicht doch eine andere Bewegung macht. Damit das nicht so abgeschlossen aussieht. Also ich hätte das Z anders gemacht, damit das E besser integriert wird. Weil so sieht es aus, als ob Feierabend ist. Oder man hätte vielleicht das Z ein bisschen so als Ausbrecher machen können. Irgendetwas anderes machen. Irgendetwas an den Buchstaben signifikant anders gestalten. Dann nehmen wir uns mal den Kuli. Wie da hier so das Ding, ne? Also diese... Bin halt kein Freund davon. Natürlich kann man dann hier so eine Sachen wie hier nochmal drüber cutten. Aber warum ist das dann hier nicht gemacht worden? Und hier. Und hier. Und hier. Und da. Ja, da ist so ein bisschen die Inkonsequenz vorhanden. Hier natürlich auch. Das Problem ist, ihr macht das halt immer mit unglaublich dicken Stiften. Und ich habe es ja heute schon ein paar Mal gesagt. Die Kontrolle erlernt man halt erstmal mit dünnen Stiften. Mit einem dünnen Stift ist es auch schwieriger. Ich weiß. Weil man da mehr die zittrige Hand sieht, als mit so einem dicken Stift. Aber es halt sich aus, wenn ihr halt mit einem Fineliner arbeitet. Ihr könnt die Linien ja immer noch dicker machen, ne? Oder ihr macht die außenstehenden Linien dicker. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, wie stark die Linie hier einschneidet. Und hier auch. Hier auch. Das sieht nicht aus. Ne? Hier so eine Linie, die hier so einschneiden. Wieso? Warum? Was erfüllt die für einen Zweck so, ne? Ich mache sowas halt nur, wenn ich was andeuten möchte, was wichtig ist. Was eine Funktion hat. Ich finde den Schwung hier ganz cool. Der ist geil. Aber was dann draus gemacht wird, ist dann weniger schön so. So, das ist nicht besonders ästhetisch, schwungvoll, dynamisch umgesetzt so. Bei dem U finde ich das schade, dass das halt so stark vom K verdeckt wird hier in dem Bereich. Ansonsten finde ich, ja, interessant. Kann man auf jeden Fall so machen. Ich finde es dann aber schwierig, dass hier die Linie so reingeht. Weil die suggeriert ja schon fast, dass das ein O ist. Ja, das ist so eine Linie, wo es heißt, ey, wir gehören zusammen. So, wenn wir jetzt mal, hier sind die Proportionen nicht gut. Wenn du es richtig schön schwungvoll haben möchtest, wie auf der anderen Seite. Hier sieht man halt auch, dass die Linie hier so reingeht. Eigentlich müsste die ja hier so gehen und dann wächst das hier so raus. Das ist also ein bisschen off hier. Also wenn man hier die Linie guckt, die müsste ja irgendwo wahrscheinlich hier landen. Und dann geht das hier so raus. Ja, und beim I halt genau das gleiche Spiel. L nimmt sehr viel Raum ein und überdeckt halt das gesamte I. Ich bin mir nicht sicher, ist das ein I oder ist das ein T. Weil so wie das hier aussieht, ist das halt ein T. Dann kommt das hier halt hinten irgendwo raus. Und man weiß halt nicht, wo kommt das her, wo will das hin. Hier unten ist auch so ein Bereich. Also das hier, ich weiß nicht, wo kommt das her, genauso wie das hier. Ich denke mal, das hier ist so die Erweiterung vom L. Aber was das hier und das hier macht und wo das herkommt, ist mir halt ein Rätsel. Das hier, der Balken, das finde ich hier schon ganz cool. Das hätte man vielleicht so lösen können. Dann hat es noch ein bisschen mehr Schwung. Ansonsten ein bisschen viel Sternchen, ne? Also das glitzert mir hier ganz schön dolle. Lieber so zwei, drei und dann langt es auch so. Es geht ja darum, Stellen zu highlighten. Wenn du jetzt jede Stelle highlightest im Bild, dann verwässerst du. Es geht ja darum, das ist ja ein Blickfang. Du möchtest irgendwas Besonderes damit, ja, highlighten halt. Irgendwas, was einen im Auge sticht. Jetzt hast du überall ein Sternchen dran, also sticht dir ja alles gleichzeitig ins Auge, ne? Ansonsten Proportionen sehen schon ganz okay aus. Hier, das finde ich ein bisschen dünne. Weil du hast nirgendwo anders so eine dünne Stelle im Bild. Ruhig ein bisschen stärker. Ja, dann braucht das hier aber mehr Platz. Also ich würde sagen, so das ganze Bild ist halt in der Konstruktion ein bisschen zu dolle, ne? Also ein bisschen viel überlagert. Ich würde erstmal nochmal einen Step zurückgehen, auf jeden Fall. Ein bisschen weniger von allem. Ja, erstmal hier diese ganzen Sachen. Also das hier sieht nicht aus, das ist nicht süß geworden, das hier unten, das hier oben und das hier für ein I. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen dolle. Du siehst, das hat halt im Aufbau halt seine Mängel. Und halt hier diese Überlagerung und hier auch die Überlagerung. Einfacher. Viel, viel einfacher. Ich will erstmal ein Bild von dir sehen, ohne Klimpim. Mach am besten ja keine Moves. Ich will einfach nur die Balken, ihr Schwung sehen, wie die Buchstaben nebeneinander stehen. Das ist erstmal so, das Ding, das muss funktionieren. Ja, das ist dann hier halt genau das Gleiche. Hier hast du den Move. Mag vielleicht eine gute Idee sein. Aber du nimmst dir den Raum für das U weg. Das U biegt sich hier so weg. Das U verbiegt sich für den Move. Eigentlich muss das andersrum sein. Die Buchstaben sind immer das, was Priorität Nummer 1 ist. Und danach kommen Moves, Pfeile, etc. Und vielleicht hätte man das retten können, wenn man das U halt hier irgendwie so da drauf setzt. Das ist dann wieder so, die Buchstaben sollen ja miteinander arbeiten. Hier sieht das aus wie auf einer Petrischale. Und ich habe hier meine Bakterien. Und in der Mitte habe ich hier den Schimmel und hier so den Hämolysehöf. Also das, was halt Penicillin macht. Dieser Move hat eine abstoßende Wirkung auf das U. Als ob hier ein Pluspol ist und hier ein Pluspol. Die stoßen sich voneinander ab. Warum? Die Buchstaben sollen ja miteinander eine Einheit ergeben. L, hier ist schon wieder gut. Auch hier der Move so. Das ist auch in Ordnung. Auch vom Schwung her. Dieser Schwung hier hätte mehr Dynamik drin haben müssen. Dadurch, dass du hier die Verbindung hast, baust du an der Stelle das hier auf, was da hinten passiert. Hier geht es los mit der Geschwindigkeit. Turbo kommt rein und bam, so weißt du. Ein Peitschenschlag. Und das muss ich halt hier auch schon klar machen, dass hier jetzt ganz schön stark Anlauf geholt wird für die Achterbahn, die hier drüben abgeht. Dann hier halt genau das Gleiche. Hier passiert was im I. Und keiner weiß, was hier eigentlich abhebt. Das ist hier sozusagen Dunkel-Style. Wir wissen nicht, was da passiert. Das ist die Parallelgesellschaft in deinem Graffiti. So, hier sieht man halt auch, wenn man dem Move hier folgt, wie hier die Proportion flöten geht. Das ist auch nichts. Irgendwie, das hier ist ganz witzig. Hat eine ganz coole Pose, wo auch wieder I-Punkt da drauf sitzt. Ansonsten halt hier auch wieder die einzige dünne Stelle. Du brauchst noch eine andere, um das halt irgendwie als Style klar zu machen. Ansonsten halt wieder sehr dicke Outline. Hier ist doch ein Fineliner. Das ist doch hier Fineliner. Damit Outline ziehen. Der ist schon viel besser. Wie gesagt, das U sitzt jetzt hier auf dem K drauf. Der Move hier ist nicht schön. Ja, darum geht es mir jetzt ja nicht. Ich möchte halt nur aufzeigen, dass das da halt in Verbindung zueinander, also Kommunikation zueinander, mehr aufeinander eingegangen wurde. Der Move hier, der ist natürlich morx. Hier fehlt was. Hier kann es erst losgehen. Ja, hier der Schwung, der hier losgeht. Proportionen hier an der Stelle. Dann hier auch diese Zickzack mäßige. Ja, hier sehr dünn. Das hat hier schon leichte Anti-Vibes, muss ich ehrlich sagen. So in dem Bereich. Finde ich ja nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das genau das ist, was du halt möchtest. Weil wenn ich mir deine anderen Graffitis angucke, möchtest du eigentlich woanders hin. Aber gut, am Ende ist das ja dir überlassen. Und wie ihr sagt, die Moves sind alle sehr stark. Die Buchstaben sehr klein. Beim I vor allem. Viel zu viel. Ich sehe halt, dass du noch nicht so gut die Buchstaben miteinander anordnen kannst. Und das sollte erstmal gemacht werden, bevor die Moves gemacht werden. Das ist so mein Tipp an der Stelle. Das habe ich auch letztens zu Sole gesagt. Und dann sah das auf einmal schon viel vernünftiger aus. Wenn ich irgendjemanden vergessen habe, der mich schon vor Ewigkeiten was geschickt hat. Und sich fragt, wo das Bild bleibt. Mir einfach nochmal schreiben. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich hoffe, ihr fandet das alle gut so. Ich muss eigentlich nur auf YouTube gucken, ob mir jemand entfollelt hat. Das ist eigentlich so der beste Indikator dafür. So, ich hoffe, euch hat die milde Röstung gut gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich auch nochmal was von euch röste. Könnt ihr mir gerne was zuschicken. Aber bitte nicht über Instagram. Also ladet es einfach bei Discord hoch. Oder macht mir einen Retransfer-Link. Das ist auf jeden Fall besser. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. TUN! 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 Untertitelung des ZDF, 2020